so leute herzlich willkommen zurück zur nächsten folge nachdem ich dieses eine sitios lager eingenommen habe habe ich nun die playstation ausgeschaltet deshalb sind wir wieder wie wir hier sehen an unserem lager ich hoffe natürlich dass es automatisch gespeichert hat ich weiß es nämlich nicht sicher wir gehen einfach mal würde ich jetzt sagen ob es falsche taste einfach mal an den schönen orangen punkt oder gelb gelb ist er da unten ist er herr kampagne alles cool haben wir sogar gleich ein auto wunderbar rein hier und auf geht's so musik aus erhofft das beim musik ausschalten die wand gerammt deshalb habe ich in meinem auto die musik immer an vorne ist wieder die schöne brücke sehr heftig lockt man durchfahren hier wieder verriegeln jetzt geht's ab jetzt geht's ab was ein scheiß wetter zum glück sind wir hier in deutschland ist es sommer gibt es auch eine scheibenwächer funktion bezweifeln wir bezweifeln das ist jetzt auch fängt weil immerhin müssen wir an unser ziel egal welches wetter das ist jetzt immerhin oh shit ja ja ha 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 hauptsache mal schön am ziel vorbeigefahren fast in jeder folge bisher getan hat wunderbar was ist da notdürftig okay ist das hinter dem haus oder vor dem haus keine ahnung das wünschen wir sagen haben wir hier an ja genau und gehen dahin das sieht doch schon wieder so starten sie hatten so viel vorgebracht hat nur das jetzt alle banden unter einem dach von der stadtteilgemeinschaft bleiben nur noch wohnblockgemeinschaften ich werde mich mal umsehen herausfinden was diese machen holla müssen wir jetzt hier in so einem ganggebiet einbrechen das ist ja richtig cool hoch der sprit da drüber elegant wie das in der luft abgestoßen oder da muss ich hin wir müssen die leute ablenken hier weißt du was digitale trips sind nein eigentlich nicht aber alter was ist denn das für ein zaun leute die typen haben das zu einer festung ausgebaut alle habe ich da nie rein okay ich schleiche mich in ihr netzwerk und dann können wir einen blick hinein ja dann zeigt mir meine kamera oder so da war was leute habt ihr was gesehen oder bin ich der einzige der was gesehen hat würde ich schon vor der wird begeisterte jäger ein fischer wunderbar so könnte ich sprengen das problem ist die wissen das war komischerweise konnte mit regelmäßig alle zunehmende das ist cool bank oder so wie viel mehr 700 dollar aber schluck ja ist ja gut ich bin hier stehen mit auf der straße ich weiß ich muss da rein ich muss da irgendwie rein jüdisch und wie kamer oder so ich hab mich gerade gar keine lust da jetzt wieder aber andererseits werden die folgen immer so lange nicht stehen und blöd rum und laber das will doch kein mensch sehen aber gibt es da vielleicht einen anderen weg ähm ich kann nicht mehr hochfahren äh hochlaufen aber fahren ist ein gutes stichwort probiert mal was ne ne leute tja ich bin schon verdammt gut oh was ein unfall hier ich bin schon ein cooler cooler hecht so irgendwo da habe ich einen typ ja komm mal her gelaufen lauf lauf am besten unterm stapler durch höw höh öh 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 nicht aber ich möchte euch nicht alle töten das ist glaube ich der Fehler den ich hier mache es gibt auch keine Kamera hier ich will eine Kamera, ich will eine Kamera von Magic Absolvent hm 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 oh oh dumm na dann leute bleibt uns jetzt ja das habe ich gar nicht kommen gesehen das ist nicht schön nicht schön jetzt gar nicht cool habe ich den so schön flachgelegt entschuldigen für diese ausdrucksweise ja klar die typen haben das zu einer festung ausgebaut allein komme ich da nicht so steht einfach so ein smartphone wie immer ich schleich mich in ihr netzwerk und dann wenn wir einen blick hinein das war spring ich einen anderen hoch der kommt normalerweise konnte merken woher wollen die wissen wer das ding jetzt gesprengt hat ich will den ablenken ich will den anderen in die luft springen ich habe alles gesehen der spinne natürlich haben sie jetzt einen anderen geschickt warum komme ich eigentlich nicht hoch das ist doch kacke ich glaube das beste ist eigentlich wenn ich den schieber komplett reinrasen ich will den wie so einen rambock benutzen da sind wir alle auf dem weg hier da hinten ist einer das sind überall welche kann man nicht mal und wie soll ich denn die dinge benutzen ohne die leute alle gerade zu töten und töten mache ich nicht gern wohohoho jod das ist nicht mal wo ich hocke wo wollt ihr wissen wo ich sitze ja lauf mal davor und guck mal was da vorne los ist ich hab da was zu sprengen hier genau komm mal ein bisschen näher feige sau was sollst du da vorne hin ich will in der hoden na geh weiter hin na warte auf die anderen dann geht weiter es hat nicht mal gereicht na leute ja da haben wir die scharfschützen schön das sind ganz schön viele scharfschützen habe ich noch scharfschützen hier habe ich das noch schauen sturm ok da haben wir es das ist klar alter sind das viele ja eine wenige wo sitzt der andere da haben krass die geschicht Tücher müssen wir so ein normaler Wichsen. Ich bin hier abzuhauen, ich versuche den Typ, der nicht zu treffen. Vor allem das sind ja richtig viele hier. Jetzt werde ich auch noch angerufen, wollt ihr mich verarschen? Ich kann jetzt nicht dran gehen, ich habe einen Cash gehabt. Wo sitzt der? Achso, der sitzt gerade, der liegt. So eine coole. Nein, Position hätte ich auch gerne. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, Treffer! Treffer! Versenkt! Ja, Schiff versenkt macht schon Spaß, ne? So, was haben wir da alles so? Ohne Witze! Ohne Witze! Komm Schietze! Wo haben wir hier, wo seid ihr da? Habe Wolle! Ja, das klingelt das andere Handy, wollen die mich hier veräppeln. Ich gehe nicht dran, ich muss hier aufnehmen. Alter, bewegt euch mal so schnell! So, nachladen. Jetzt könnt ihr mich gerade mal alle kreuzweise, ihr kleinen Hund. So, jetzt kriegen wir, jetzt kriege ich euch, jetzt kriege ich euch. Wollen wir noch nicht? Ach du Magier, wie viele Leute sind denn das? Ja, ich bin auch immer noch da. Alter. Alter. Ich bring dir mal Respekt bei und dann lege ich dich um! Leute, mal ohne Witze! Wie viele Kugeln halten sich so eine aus! Ah! Leute, Leute, Leute! Ohoho! Oh Mann! Also... Ganz fixer! So, einer haben wir noch! Du da, du bist's! Komm, komm hoch, du! Treffer versenkt! Alle weg! Alle meine Engines Rimmen auf dem See! Da fange ich auch noch zu singen. Ich muss echt weniger zocken, ich werde schon bekloppt den Kopf! So! Oh, lauter Sprengungen hier! So! 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 Wunderbar! What?! Wuaat?! Alter! Alter, Alter, Alter! erneuter versuch leute wir müssen ja noch mal nachschauen hat man die tauchen immer wieder auf oder wie wenn ich da was gemacht habe gar nicht cool so ein bisschen gas geben weil die folge ist auch schon verdammt lang jetzt wieder cool ich hab geld gefunden so schönes ding deaktivieren sich das tor ist offen schalten sind die erste frei wunderbar das würde ich aber sagen machen wir in der nächsten folge und deshalb sagt es einfach nur wie jedes mal macht's gut haut rein ja 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 ja